Hi, ich bin Marc Meier. Ich bin 21 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hier beim Kreis Paderborn. Was passiert heute Spannendes? Das ist mein erster Gedanke, wenn ich zur Arbeit muss. Man erlebt viele spannende Fälle und jeden Tag hat man neue Herausforderungen, die es zum Meistern gilt. Am Anfang dachte ich, ein Verwaltungsfachangestellter erledigt nur Bürotätigkeiten. Dass man jetzt so viel Außendienst hat und so viel erlebt, das hätte ich vorher nicht gedacht und das hat mich positiv überrascht. Was das Spannendste hier beim Kreis war, kann ich so gar nicht sagen. Ich habe viele spannende Sachen erlebt, zum Beispiel durfte ich meine Kollegen zu Gerichtsverhandlungen begleiten oder auch wie derzeit im Veterinäramt in den Außendienst mit den Tierärzten fahren. Vor Ort in den Ställen uns die Tiere anschauen und das ist schon echt spannend und das macht mir wirklich Spaß. Ja, definitiv. Ich fühle mich echt wohl in meinem Job, es macht mir Spaß und ich kann mir vorstellen, dass ich das auch mein ganzes Leben lang machen werde. Das kann man so pauschal gar nicht sagen, das muss jeder für sich wissen. Ich fühle mich wohl mit meiner Ausbildung und sie gefällt mir. Also ich bin zufrieden, dass ich meine Ausbildung so wie beim Kreis Paderborn gemacht habe und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ja, der Kreis Paderborn ist ein zuverlässiger und zukunftsorientierter Arbeitgeber. Und also ich fühle mich hier wohl und der Kreis tut auch viel für seine Mitarbeiter. Deswegen, ja, also ich kann mich auch, oder ich sehe mich auch zukünftig beim Kreis. Ich bin zufrieden, dass ich mich auch nicht so wie beim Kreis Paderborn gemacht habe.